E4 E5 Springer F3 Springer F6 Meine Damen und Herren, willkommen bei dem 34. Budapest International Open. Schwarz startet die Uhr. Kelvin Fournier wurde mit 14 schon Zweiter bei den französischen Meisterschaften. Entdeckt und trainiert hat ihn Victor Eggen. Der große Favorit des Turniers. Niemals wurde er bisher geschlagen. Ich habe gewonnen. Ich habe gespielt wie du. Gut kopiert. 50 Euro, dass der Meister im Schach ist, nicht schafft, dass ich komme. Du bist... Was? Ich liebe dieses Spiel. Alles fertig. Los! Ich kriege 50 Euro. Lady Gaga, wir Schachspieler verehrten dich. Lass uns heute gewinnen. Amen. Scheiße, da bist du. Das musst du dir ansehen. Nein. Schachmatt. Ein großes Talent. Wie heißt der Junge? Max Kovac. Ich bin besser als du. Ich bin besser als du. Bist du nicht. Doch, bin ich. Dauernd suchst du nach diesem Jungen. Ist ja wie eine Obsession. Wenn du spielst, wie ich es dir sage, gewinnst du. Nein. Er ist zu stark. Victor hat gesagt, er hat's versaut. Lass mich in Ruhe, ja? Lass mich im Nirg. Untertitelung des ZDF, 2020